Bill Kaulitz erhält Hassnachrichten nach Wiesenflirt in Netflix-Doku Bill Kaulitz, bekannt als Sänger der Band Tokyo Hotel, hat nach der Veröffentlichung einer Netflix-Dokumentation über sein Leben Hassnachrichten erhalten. Der Wiesenflirt, mit dem er auf dem Münchner Oktoberfest gesichtet wurde, wurde ebenfalls Opfer dieser Anfeindungen. Die Netflix-Dokumentation Tokyo Hotel hinter die Welt gibt einen Einblick in das Leben von Bill Kaulitz und seiner Band. Nach der Veröffentlichung erhielt er zahlreiche negative Nachrichten und Kommentare in den sozialen Medien. Auch sein Wiesenflirt, mit dem er auf dem Oktoberfest gesehen wurde, wurde Ziel von Hassnachrichten. Die beiden wurden gemeinsam auf der Wiesen fotografiert und sorgten für Schlagzeilen in den Medien. Es ist bedauerlich, dass Menschen aufgrund ihrer Bekanntheit oder öffentlichen Auftritte Hassnachrichten erhalten. Es ist wichtig, Respekt und Toleranz gegenüber anderen zu zeigen, unabhängig von ihrer Prominenz.